Hallo zusammen, nachdem ich heute doch ein bisschen Zeit gefunden habe, weil die Versammlung um 19 Uhr war und von daher bin ich ja seit, ja seit einer halben Stunde schon wieder da. Also schon wieder daheim, ich bin ja jetzt zu Besuch bei meinen Eltern. Man kann es ja schon sehen, ich stehe jetzt hier im Büro. Ich brauche aber nicht extra ein Büro für YouTube. So ist es ja nicht. Ja, die Bilder, die wo ihr jetzt gleich seht, die habe ich gestern schon gemacht, weil ich mit meiner Oma zusammen on Tour war das mal. Aber Oma wollte nicht, dass ich sie fotografiere, deswegen habe ich es sein lassen, weil man muss ja immer vorher nachfragen, bevor man jemanden fotografiert und den ins Internet stellt. Und bla 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 und sonst passiert ja dies und das und dann hast du das gezählt mit dem und das gezählt mit dem Hund hier und naja. Auf jeden Fall, die Bilder habe ich gestern gemacht und deswegen kann ich heute endlich euch das Max on Tour Video zeigen. Und jetzt würde ich sagen, das sind nicht allzu viele Bilder, wo ich machen habe können. Ich bin da im Bärenkeller und man hat halt gelaufen mit meiner Oma und deswegen sind es nicht allzu viele Bilder, weil man da nicht allzu viel machen konnte. Meistens ist man da an Baustellen vorbeikommen, naja, vielleicht hätte ich die Schilder von die Straßennummern können, aber ich habe mir gedacht, Straßenschilder sind jetzt auch nicht gerade das Beste. Aber ein paar Bilder habe ich zusammengebracht auf jeden Fall. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir an, wenn es euch gefällt, dann könnt ihr mal einen Daumen nach oben da lassen, ihr könnt mich wie immer abonnieren. Beim Abonnieren gibt es eine Glocke, da wenn du draufklickst, da verpasst du die neuesten Videos nicht. Und ihr könnt es in einem oder anderen Kommentar da lassen und seid freundlich miteinander in die Kommentare, weil ich habe letztens schon wieder was lesen müssen. Das, was ich nicht so erfreulich fand, weil der Basti und ich, wir sind freundlich zu euch, also seid so freundlich zu uns. Naja, auf jeden Fall, ihr könnt mir in meine Sahnenfolgen, die in der Infobox stehen, ihr könnt mir Post schicken, wenn ihr wollt. Und wie gesagt, wenn es was gescheites ist, dann zeige ich es auch in die Videos her. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen restlichen Montag, habe die Ehre, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020